Stand da gerade schnell, dass ich die Runde bin? Oh mein Gott! Was ist das jetzt? Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Ja, jeder denkt sich jetzt an... Nee, nicht diese wieder. Jetzt haben wir erst das letzte Video gesehen und verdaut und jetzt kommt schon wieder ein neues. Hallo zusammen! Heute gehts wieder zurück auf die Piste. Ihr werdet ganz lang drauf gewartet und endlich gehts los! Komm schon, geh mir aus dem Weg! Hallo? Gehts noch? Das brauche ich nur für meine Rücke. Ich bin nicht so klein wie es aussieht. Ich mag Nüssen. Hoffentlich wollte ich auch Nüsse machen. So, Auto auswählen. Ah, da! Genau, okay. Ah, M.G. Ist gut. Der sieht eigentlich schon ziemlich geil aus. Heute Sommer nämlich, es liegt böse unterwegs. Heute haben wir die Halle weg. Bestätige. Es gibt ja auch BMW. Schade. Bei einem anderen fühle ich mich immer so schlecht. BWT, okay. Fährt der dann mit Wasserstoff? Aber nee! Den mag ich. Ja, aber Williams war ja mal BMW, ne? Das geht. Kann ich nehmen. Zacka! Und den Kollegen. Hä? Nur die zwei? Ja. Den oder den? Ja. Wirklich schwierig. Ich meine, der ist blond. Und der hat den Namen. Ich kann ihn nicht abspringen. Wir sind hier am wunderschönen Yass Island Circle, wo gleich das Qualifying kommt. Erzählt ihr was? Der Heiko Wasser. Ja, super. Komm, ihr will kann die Boote gucken, wie ihr will fahren. Das war aber am Liebter auf dem Boden. Was? Das bin ich, oder? Wieso sitzt der an meinem Rad? Kann ich den jetzt nicht umfahren? Jetzt. Und die erste Kürbel war schon ziemlich gut, oder? Boah, ist das so anstrengend. Warum muss man sich da so konzentrieren? Das Auto ist einfach nur. Das liegt am Material. Das ist doch klar. Kann ich doch ein anderes nehmen? Wir vertragen uns nicht so. Oh. Oh. Ähm. Kannst du noch mal neu machen? Hahaha. Scheiße. Hoppla. So speedy. Ah, und guck wie ihn verheizt. Oh. Boah. Da ist er verheizt. Ich war immer zu schnell in die Kurve. Jetzt zählt's. Jetzt zählt's. Okay, ja. Oh. Oh. Nein. Toll. Und zu verkackt. Boah. Hup. Ja, P-18. Nein. Oh. Jetzt halt du Depp. Warum hast du mich auch? Ob bin ich überhaupt gerade? Ich hab die Orientierung verloren. Wenn's spielt der... Oh, Benzin aus. Nein! Weil du nicht tankt hast, musst du tanken und das hat mir jetzt Anzeigenkoste. Also Donuts machen macht dir schon besonders viel Spaß, oder? Drückst du denn Vollgas? Ja, ich drücke Vollgas. Na dann ist jetzt wohl das Benzin alle. Oh der ist wie auf der Falsen, schnell. Kann ich mir machen. Tja Volli fein vorbei, 20. Platz. Nein, wann? Und hat er mir jetzt überholt? Zwei. Eins. Ich bin auf! Ich bin auf! Ich bin auf! Und vor allem, ohne Witz, ist es heute mein zweites Mal, dass ich spiele, ja? Ist so. Das Rennen hier auf dem Yas Marina Circuit wird gleich beginnen. Ich stehe jetzt auf Platz 1. Wie immer erspannen wir bei untergehender Sonne und später übernehmen dann die Fluglichtmasten, die Illumination auf dieser fantastischen Strecke, der teuersten der Welt. 20 Grad. Wolkenlos. Perfekte Bedingungen. Warum war ich mein Teamkollege so schlecht? Der ist auf 19. Der ist leer gemacht. Jetzt bin ich grün. So, los geht's. So, ich warte jetzt noch ein bisschen, damit die Reifen auch schön auf Temperatur sind. Gut. Muss ja alles passen. Genau. Schön leerloch. Oh! 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 Hey! Der hat mich kramt! Hey! Also, Patrick, weißt du, wenn man da gut ist, dann macht das tatsächlich ein bisschen Spaß. Also, das ist jetzt schon eher Max-Rustappen-Style, oder? Ja, aber weißt du, wenn die mir ramt, ist das doch echt unfair. Die sind doch hier nicht im Boxauto. Oh nein, 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 nein! Ja! Ja! Geil! Wenn das nicht mal stark war. Also, ich weiß nicht, Melli, ich fand das jetzt nicht unbedingt so fair. Hey, die Fahrzeugkirche ist ja nicht so böse. Kann ich doch mal. Das ist nicht fair. So, Patrick, haben wir eigentlich genug krank. Nicht das mal hier wieder mein Ungezeich. Pardon! 13! Ja, ich drehe mich gerade so. Müsst du denn weitermachen? Oder aufhören? Aufhören. Warum wird denn der jetzt auf einmal so gut? Sag mal. Darf der das? Nein, mein Fühl ist faul. Nein, das kostet mich alles. Nein! Mama! Na doll, was war's? Das will ich auch nicht mehr. Ja, jetzt fahr zurück und dann geht's wieder nach vorne. Ich hab das Ding schon bei mir zu Hause gesehen. Ja, das war einfach das Problem. Und da dann kommen wir aufs Trepple 3, oder? Wobei ich so ein Säklauge am Bruchsprühe holen. Aber ich glaub, das schaff ich nicht mehr. Ich trinke ihn. Oh, die Flagge. Yeah! Wo steht er? Nicht, dass ich hier rumfahre. Mhm. Ja, da, neunter Platz. Können wir's bitte trotzdem wieder nach bester Rundenzeit auswerten? Vielleicht gehen wir ja dann. Basis will ich auch noch auf 20er. Das gibt's ja nicht. Also als Letzter will ich jetzt hier auch nicht rausgehen. Ich bin nachdem ich erster war. Wie bitter ist das denn? Da hätte ich stehen können! Ich! Aber nein! Ich war voll gegen die Wand gefahren. Aber da hätte auch ich stehen können! Das hat er absolut nicht verdient! Guck das! Das wird ja selbst! Boah, ich find's überall. Das hat mich anstrengend! Und jetzt will ich's Feuer wegziehen! Bitte! Schaut weiter in Patricks Videos! Gebt einen Daumen nach oben! Macht die Glocke rein, damit ihr kein Video verpasst! Vor allem nicht, wenn wir Mädels wieder auftreten! Und lasst noch einen Kommentar da! Und schreibt bitte in die Kommentare, dass ihr Mitleid mit mir habt! Danke! Danke! Oh, ihr wollt mal ab! Tschüss, bis zum nächsten Mal! Tschüss!